Du musst ein Kack spielen, ey, ich hasse dich. Du bist so behindert, ey. Nee, das war nicht so bitter wie bei mir. Ach, ey. Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier nochmal machen, weiß er das? Sei einfach so, dass du nicht die Flöhe nochmal machen musst. Ach, das ist mir doch egal. Das Kack-Ding hier. Das Spiel ist einfach scheiße, wenn du die Flöhe tot hast, ist sie tot, ey. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Dann sollen sie dir da nicht mit auf die Eier gehen. Ich bin sogar falsch, glaube ich. Ja. Ach, leck mich doch echt, ey. Ja, genau, ey. Schlag noch drauf, ey, wenn man schon am Boden ist. Würdest du vielleicht die Bienen holen sollen am Anfang? Na, hätte ich auch, weiß er, aber was soll ich jetzt noch machen, ist immer so egal. Ja. Aber es ist auch ein bisschen Challenge, ne? Das ganze Spiel ist eine Challenge. Das ist einfach, ich glaube, das ist das dümmste Spiel, was auf dieser Welt eigentlich existiert. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, was schlechter ist als dieses. Es gibt kein Spiel, was schlechter designt ist. Egal, ob spielerisch oder vom Aspekt des Art-Designs, oder hast du? Verstehst du? Einfach alle scheiße an dem Spiel, das ist einfach so. Es ist behindert und wenn Leute halt sagen, das Spiel finden sie gut, dann akzeptiere ich die einfach nicht mehr als Menschen. Was bin ich denn dann? Weiß ich nicht, was du bist. Irgendwie ein Sadist, oder? Ein Sadist sind sie keine Menschen. Na, nein, du dann halt nicht, weißt du? Gut, okay, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich kann nicht leben, weißt du? Ja. Nö, wenn ihr gleich nochmal Flöhe machen müsst, dann mache ich wieder drei Jahre Pause, habe ich keinen Bock mehr drauf. Wie, in diesem Level musst du keine Flöhe mehr machen? Ja klar, ich habe ja keine Leben mehr. Achso, ich habe doch das Safe-Set gemacht. Achso, ja, dann ist er gut. Dann wäre ich einfach gegangen. Hätte irgendein anderer Depp das machen können. Ich hätte das dann scheinbar gemacht. Scheiß dann drauf, ey. Bettschulden sind eher ein Schuldner Marsch, ey. Mir doch egal, Alter. Nicht bei Plock, ey, da wird der Spaß auf. Ich mache sowas gerne, aber nicht bei Plock. Plock ist Bullshit. Ach, leck mich doch, ey, ihr scheißverkackten Hummeln. Weißt du, warum machen die denn so Müll überhaupt, Mann? Das kotzt mich an. Hol dir da unten die Bienen. Ach, ey. Wo sind denn da Bienen? Ja, da, diese Dings. Ach, das sind Bienen? Ja. Das wären Muscheln. Ja, die gelben sind die Muscheln. Das andere dachte ich auch. Ach so. Ne, das sind... Ach, bringt mir doch noch nix. Ach, m- Ach, er leckt mich doch, ihr bergkackten Scheißviecher. Woher jetzt? Rechts, oder? Ja, rechts. Ist noch links, ja. Dann erstmal wieder... ...die Bienen da kaputt machen und das wegsprengen. Ey. Ihr verkackten Hobofürsten. Ist echt so, Mann. Die gehen mir auf den Sack. Irgendwie müssen die das ja schwer machen. Ja toll, jetzt krieg ich wieder das Leben nicht. Egal, weißt du? Nein, das ist nicht egal. Einfach konzentriert, konzentriert weiterspielen. Ich kann nicht mehr. Ja, das Spiel macht mich innerhalb von einer Stunde depressiv. Das Spiel scheiße ist. Ich nehme mir einfach schon eine Stunde auf, Mann. Ja. Das reicht mir aber schon wieder für drei Jahre. Ähm. Hm. Ich überleg gerade, ob du das nicht wegsprengen solltest, Dings. Ach. Ja, siehst du, du brauchst eh Arme. Ja, guck mal, wer kommt eigentlich auf so eine dumme Idee? Ich kann nichts wegsprengen. Ich habe keine Arme. Ja, du musst nach rechts erstmal jetzt. Ey, zum Kotzen. Ach, Mann, ey. Dieses Spiel ist einfach scheiße. Ich habe noch nie so ein Biener-des-Kack-Spiel gesehen, ey. Jetzt bring dir doch um, ey, du Biener-des-Biene, ey. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Aber scheiße ist das. Ey, das ist einfach behindert. Bezüg dich nicht um deine Arbeit, ey. Du hast es auch schon fast geschafft. Na und, ey. Das ändert nichts an dem ganzen Spiel. Ich würde es einfach enden, ey. Das ist wie ein Albtraum. Was, die Flo bekommt noch. Das ist das härteste überhaupt. Oh, nö. Mach ich mit Sheet, ey. Es gibt keinen Sheet-Zublock. Klar, ey. Ich werde welche bauen. So kann mir, ne? Nö. Nö? Der hat doch keine Ahnung davon. Wie ein Schuss. Wollen die mich verarschen? Ja, das hab ich jetzt auch nicht gecheckt, ganz ehrlich. War Critical Hits, weißt du? Ja, anscheinend. Nachst nichts. Critical Hits. So, genau. Und erst mal die Bienen da und das Ding weg sprengen. Am besten, du sprengst es erst weg, würde ich sagen. Weil dann kommst du auch an die Beere von dem Stock. Warum trifft das denn nicht? Ja, sauber. Das bringt mir ja nichts. Doch. Da oben krieg ich nichts kaputt. Ne, rechts musst du dann jetzt anstatt links. Mit dem Teil nach oben fliegen. Ach, ey. Da spiel ich lieber Amnesia als irgendwie hier. Amnesia ist ein gutes Spiel im Gegensatz zu dem Schrott. Amnesia, ey. Das hier, das ist wirklich, das ist so ne... Weiß ich nicht, das ist so ein Spiel... Das ist einfach scheiße schlecht. Ist einfach nur schwer, aber ist nicht schlecht. Doch. Also wenn ich keinen Spaß habe, dann spielt es schlecht. Für dich vielleicht. Ja. Ich sag ja die ganze Zeit, das ist so mein... Ich sag ja von mir aus so schlecht. Ich sag ja von mir aus so schlecht. War Amnesia auch schlecht? Ja, ich hab ja keinen Spaß dran gehabt. Also es war schlecht. Also es war schlecht. Es ist nur schlecht, war es nicht. Also es war nicht schlecht. Aber ich spiele ja auch gar nicht gerne. Da ist wieder bewusst. Das hat aber einen guten Wandel, weißt du? Weißt du? Ich hab mir ab da dann gesagt, ey, nur noch Spiele, die dir Spaß machen. Und was mach ich jetzt? Spiele ich Plock, weißt du? Ja, na gut. Das war ja sowieso... Das ist ja was anderes noch, ey. Aber weißt du, ich beleide mich halt manchmal ganz gerne selbst. Und... Ich muss einfach über Plock herziehen. Das sollte auch jetzt machbar sein. Das ist der dumme Biene, die mich doppelt... Ich bin ja du Hurenbiene echt. Jetzt weiß ich gar was. Rechts oder links? Rechts oder? Rechts. Ja. Das ist so ein kackverdämmtes Scheisspiel. Das ist ein kackverdämmtes Scheisspiel. Das ist so ein kackverdämmtes Scheisspiel. Boah, wie gnädig sie sind. Boah, die gehen wieder ja noch zu leider. Was willst du eigentlich? Was denn? Mach die mit den Bienen fettig! Du hast genug davon. Wenn die Homilpopulation ins Unermessliche steigt oder was? Aber du willst auch nicht mehr ausgewichen, weißt du? Kennst du das, wenn dich die Lust einfach... Weißt du, du trinkst dich ja selbst um deine Arbeit, wenn du dann einfach... Ja, weißt du, ich hab einfach keinen Bock... Was zur Hölle? Du kackler Affe, ey! Ey, was, jetzt kommt jetzt noch ein Baumstern mit... Ich mach hier... Ich mach hier einen Safestate. Boah, gut. Boah, gut. Ich hab nicht gar keinen Safestate gemacht. Dieser Albtraum nimmt keiner. Danke. Manchmal jede Plock, weißt du, aus meinem Herzen. Aber er freut sich doch. Na, schön, dass er sich freut, der Spang. Ich sollte auch mal in die... Wie dumm ist das, ey? Der soll einfach drum rum gehen. Ist er nach dein Ende, oder was? Nein! Wie, warum nicht? Wie ist er nach Ende? Ja, nach den drei der Willen, da. Nein! Wie kommt noch ne ganze Insel? Ja! Warum? Die Musik ist geil. Wie töte man den? Du musst deinen Arm über ihn, dann... Genau, und dann nochmal... Ja, genau. Jetzt nimmst du das, kannst auf die Stacheln da springen. Und weiter. So, dieses Level musst du ohne Füße machen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ja, du musst da erstmal mit Füßen drauf ballern. Genau, auf der anderen auch. Oh, jetzt viel Spaß, ey. Das ergibt nicht mehr Sinn. Da hoch kannst du noch nicht. Da kommst du ja später hin. Wenn ich Füße hab, wahrscheinlich. Ja. Wie soll ich denn das machen? Klar, ich muss... Ja, viel Spaß bei dem Level, ey. Ganz ehrlich. Hm, wo ich das jetzt als Krüppel spielen muss. Wäre jetzt die letzte Folge, dann hab ich echt keinen Bock mehr. Dann brauch ich jetzt ne Woche Pause, oder drei. Ja, ich hab nur eine Hand, ey. Äh, vielleicht ist ein kleiner Kügel. Oh, ich hab zwei hin, ey. Ja. Hahaha. War ja nicht schlecht für den Anfang. Einen Flur hast du erwischt. Ja. War ja nicht schlecht für den Anfang. Mann. Geh mal. Da geht's Spaß, ey. Ach, jetzt wird das nun Spaß, ey. Wat? Ja, die Slavie. Ist nicht asozial. Ich auch. Du willst mir doch sagen, das Spiel ist gut? Ja, auf jeden Fall. Wo denn? Drei Mal. Den war sehen Sie, ein paar Jahre an. Ja, das war wieder einer Hand. Ich auch. Das heißt ja nicht, dass es schwer ist. Guck mal, das ist doch ne, eigentlich ne geile Idee. Eigentlich nicht. Weißt du? Mich begeistert das nicht. Ja. Weißt du, ich krieg eigentlich nur Ikel, wenn ich die hier spiele. Einen Wirkreiz krieg ich da. Weißt du, das Verlangen, keine Ahnung, einen terroristischen Akt zu vollziehen. Wie in dem scheiß Spiel hier. Das würde ich nicht so sagen. Spät hast du da so voll Stress mit dem BND. Weißt du, wenn sie mich allein abhören, dann hören sie mich ab, ey. Was wollen sie denn machen? Das sind ja gar keine Beweise. Nur weil ich das gesagt habe. Ja, ja, dadurch bist du schon immer wach. Ja, das ist schon dumm eigentlich. Tja. Weißt du, ich kann ja nichts dafür, dass der Präsident vom BND unsere Videos gucken. Weißt du, ich bin ja nichts dafür. Was ist Hau-Degen-Mio? Weißt du, was schließt er seine Bürotür ab? Und dann geht's los. Hier, wir einen terroristischen Akt vollziehen. Aber das sind die Hau-Degen. Ich kann das nicht machen. Das ist ein Zwiespalt. So, ich bin ja nie. Oh, wie ist Sie, wie bist du denn da? Wo ist erlose Hau-Degen? Hispalt-Mio? Wir sind eh die Hau-Degen und weißt du ja... Seidiräu? Die hat die auch umgebracht. Warum sind die wieder da? Weißt du, das kannst du auch später machen, wenn du deine Füße wieder hast. Du kannst natürlich jetzt auch bekämpfen, aber... Wir können ja nix, wenn ich hier gut stehe. Und deswegen sind wir auch noch nicht weitergekommen, bis zu dieser Stande. Vielleicht was schon danach hat er. Was soll ich sagen, er ist ein Pflok. So. Oh, gut, dass da noch mehr Eier sind. Einfach laufen lassen. Das ist so gemein, ey. Und tschüss. So hoch wollen Flo noch nie. Kannst du gleich vergessen, ey. Klar schon mal. Wann fliegt der denn hoch? Wie, wann fliegt der denn hoch? Der fliegt nicht immer nach oben. Doch, wenn du ihn trifft hinten am Schatten. Nur dann. Ja, wenn du gegen ein Schild schießt, natürlich nicht. Siehste, und da musst du nochmal drauf. Sind die sind nicht doof, diese Flo-Mutanten? Boane. Ne Pfanne Boane. Ne Pfanne Boane. Ah. Oh, der war gut. Ich hab meine Momente. Ja, irgendwie schon. Und jetzt lass die jetzt erst mal da. Sie sind frei der Ehre, wenn ich die umdrehe. Komm, volle Energie, ey. So was hast du noch nicht geschafft. Boah. Boah, ey. Boah. Aber jetzt wird's aber witzig. So, dann kommt was mal die hier. Ja, ist egal. Was ist denn machen? Ich weiß gar nicht, ob du das einsammeln musst, aber... Oh, Vorsicht! Ach, der... War nicht schlecht. Vielleicht jetzt noch weiter versuchen müssen, die Säge dazu bekommen. Aber ich hab, glaube ich, das auch ohne Säge gemacht. Du bist ja sowieso der oberste Player. International Player. Hehehe. 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 Ein Gigolo, ey, ne? Hehehe. Hehehe. Was ist denn van winensport bei uns? Warum war ein Vater über mir, ey? Hehehe. Van Bachs. Hehehe. Van Bach. Der Mann hat's, der Mann hat's nicht, ey. Und wir haben's. Van Bach. Vom Bach, guter Name so. Wie wäre es, wenn du hier mit meinem Homeboy die Stadt zerstören? Richtig Club abreißen. Ich wollte zwar was mit ihr machen, aber egal, ne? Stimmt, wie er sagt, ey. Ja, machen wir was zusammen. Hässlicher Kackspast. Unnormal hässlicher Style, der Alte. Aber was soll ich machen, ey, wenn ich seine Alte klären will? Muss ich ihn auch... Ja, was soll ich... Ja, wenn ich seine Alte haben will, muss ich ihn klären zu mir, so klar. Hä? Was geht? Was denn? Was hast du? Was hast du? Ich hab überlegt, was ich da mache, richtig. Versuch doch, die Säge zu bekommen, würde ich sagen. Das geht nicht, dann kommst du Andy nicht dran. Ne, kommst du nicht dran? Ich... mit... Damage Boost. Damage... Komm nicht so, ey. Ach, ich weiß doch auch. Oh, oh. Ich hab da keine Lust auf. Keine Lust... Keine Lust... Ach... Die Band macht mich auch noch fertig, ey. Alles macht mich fertig. Huch. Ja, erst mal letzter Versuch, ey. Da haben wir schon mal wieder genug aufgenommen. Wie dumm eigentlich die Idee auch ist, ey. Geben mir einfach keine Hände mehr, ey. Ne, erst mal... Schnitt, ey. Sonst rast ich aus. ... ... ...